Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Okay, das erste was wir machen, ist, baut mir eine Treppe. Nach hier oben. So. Die kriegt auch erst bei Max Priorität. So, die Leute können wieder bauen, so wie es aussieht. Hoffe ich mal. Was ich gern hätte, wäre auch jemand, der hier aufräumt. Hierbei zum Beispiel. Na gut, dann eben nicht. Oh, aber hier draußen. So, dann können wir das weg machen. Wir haben immer noch jede Menge Gras. Und die Bodenformungen sind auch noch nicht wirklich fertig. Ich frage mich nur wirklich gerade, warum niemand an diesem Bauauftrag bauen möchte. Ach so, wir hatten da ja, wir haben den Fehler ja gar nicht korrigiert, glaube ich. mình sch Football hier. Ich frage mich. Ja. Das war's. So, dann geben wir dem Bauauftrag mal Priorität. Dann kann sie ja wieder mit dem Steinbuch mal Priorität weg. Und so sperrt man Leute ein. So, der Bauauftrag. Dann geht es dann aber bitte endlich mal so, dass es klappt. Ach, wir verschwinden Steine. Deswegen habe ich jetzt gerade den Steinbuch mal eingestellt. So, jetzt müsstest du es doch mit deinem ganz lieben Bitte, bitte schaffen. Hier weiterzubauen, oder? Na, sie bauen gerade lieber hier. Haben wir gerade noch jemanden mit leeren, Hank? Ich bin mal gespannt, wann die Leute anfangen, eingemauert zu werden. Ich merke gerade, ich habe den Turm eh falsch gesetzt. Okay. Gut, dass mir das jetzt noch so auffällt. Bevor der Schaden zu groß wird. Huh? Ah, sag mir jetzt bloß, die können. Die Höhe nicht besteigen. Okay, jetzt muss ich hier die Umrandung. Abreißen. Muss neu machen. Aber nicht in dem Bauauftrag, sondern in dem Bauauftrag hier. Du stehst da ungünstig, aber okay. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier hinsetzen. Danke. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass das so läuft. Ist ja was weg mit den Änderungen. Reißt mir hier bitte mal alles ein. Sind wir mal so konsequent und machen es gleich ganz richtig. Okay. 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 Und ich habe jetzt langsam keine Ahnung mehr, wie ich das hier lösen soll. Ja. Ja. Okay. ja liefert dann eure steine ab und dann ob er da oben ein paar stockpiles in die wir steine packen können ja jetzt kommen wir an den punkt wo das spiel einfach chaotisch zu werden können wir uns vielleicht mit treppen aushilfen das ist die gute frage so auf die werden ziegel gelagert schafft mal bitte die ganzen ziegel hier weg ja sehr schön jetzt bin ich mal gespannt ob der die er nimmt die treppe erfolg so da fangen wir nochmal mit planen an wir wollen das so haben das heißt die und die reihe so sind immer noch im falschen bauauftrag das heißt also wir wollen das so haben das heißt untenrum brauchen wir es gerade anders ich bin froh dass sie jetzt wieder bauen so und so kein doppel gemoppeln mehr nein sieht alles in ordnung aus so sowieso sind auch die bodenformule fertig und wir brauchen dann auch wieder stein jetzt wo hier wieder gebaut wird müssen wir mal kurz gucken wo hier noch steine rumlegen nirgendwo mehr die haben sie alle schon aufgeräumt gut weil die errichten hier sogar schon die brückenverbindung in dem bauauftrag naja muss ja zugeben intelligent bauen kann die ki eigentlich so die brauchen wir nicht mehr also weg mit denen jetzt mal gucken da haben wir eisen und closed und haben wir noch irgendwo steinchen da haben wir nur eis keine steine mehr außer die hier und die da oben natürlich dann können wir nämlich den steinbruch erstmal wieder einstellen und erstmal die steine abbauen dann 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 dann